Nein! Was war das für Godlike Aim? Nein, Mann! Ich brauch mal Heilung, was soll ich denn machen? Ich hatte 20 Leben Schild und 10 Euro! Ja, Mann, aller Mann, ich hatte grad mal das Glück, dass ich die Drohne hatte. Mann, ich brauch ne Waffe, Junge, in der Türke! Ich mach immer, wie du das ganze Magazin verballert hast. Ich hab genug Kopf, okay? Ich hab genug Kopf, jetzt noch bereit, du Hund! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse genug Kopf, du Arsch! So ein Stück Stiches Eis da! Ich hasse dich! Ich kommst jetzt nicht von deinem Eistee! Junge, die Nacht wirst du von deinem Eistee träumen, weil du das letzte Mal hast! Ich trau dich im Morgen, Alter! Meine Lache hat so abgekackt gerade! Cool! Genau wie von Aim, oder? Lustig! Genau wie von Aim! Wie die ganzen Kugeln an ihm vorbeifliegen! Ich kann ja nicht fliegen! Aaaaa, ich kann ja nicht fliegen! Ich keinem damit fliegt! Ja, dann hier, du gescheitst! Der hat doch deinen Grip weiter genommen! Nein, ich bleib dir nicht! Entschuldigung, ich bleib dir voll zu Arschluss! Oh Gott, oh Gott, oh, oh! Abonniert!